In diesem Video erkläre ich dir das Infinitivperfekt im Aktiv. Schauen wir uns die Bildung an. Das Infinitivperfekt oder das Infinitiv der Vergangenheit wird gebildet mit dem Partizip 2 plus dem Infinitiv der Verben haben oder sein. Schauen wir uns hierzu Beispiele an. Kaufen, hier lautet das Infinitivperfekt gekauft haben und beim Verb laufen lautet das Infinitivperfekt gelaufen sein. Hinsichtlich der Verwendung ist das Infinitivperfekt Bestandteil der Bildung der Zeitform Futur 2 oder Zukunft 2. Einerseits mit dem Verb sein. Hier schauen wir uns die drei möglichen Bildungen an. Im Indikativ mit laufen. Sie wird gelaufen sein. Das Infinitivperfekt habe ich immer in Großbuchstaben verwendet. Dann kommt die Bildung im Konjunktiv 1. Sie werde gelaufen sein. Und schließlich noch die Verwendung im Konjunktiv 2. Sie würde gelaufen sein. Wir sehen, das Infinitivperfekt ist in allen drei Formen gleich. Was sich ändert, ist das Hilfsverb in der Bildung. Dann ist es auch noch Bestandteil der Bildung im Futur 2 und zwar nicht nur mit dem Verb sein, wie wir vorher besprochen haben, sondern auch mit dem Verb haben. Auch hierzu die drei Möglichkeiten von Schreiben lautet die Form des Indikativs, du wirst geschrieben haben. Das Konjunktiv 1 lautet, du werdest geschrieben haben. Und schließlich noch das Konjunktiv 2, du würdest geschrieben haben. Auch hier ändert sich die Form des Infinitivperfekt nicht. Das war ein kurzer Überblick über die Bildung des Infinitivperfekt im Aktiv.